Hallo zusammen, ich bin Nico und ich wollte eigentlich nur eine kleine Anmerkung bzw. ja Ankündigung machen und mittlerweile haben wir einen eigenen Blog, die ganze Sache heißt nico-lp.de und auf der Seite werdet ihr alle aktuellen Infos zu meinem YouTube-Kanal finden, welche Spiele ich gerade spiele, was noch kommen wird und und und. Hier seid ihr immer auf der aktuellen Seite, was meine Let's Plays angeht und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet und wenn wir auch in Zukunft noch Kontakt haben würden. Bis dahin, euer Nico.